Der Rundfahrt, direkt vor dem Schiff. Habt ihr den? Ansonsten fahren wir vorweg. Okay, zurück, zurück, zurück. Der ist hin, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ich sehe zumindest nichts mehr. Das hat den komischen LKW, das ist wirklich ein LKW. Ah! Der sitzt nicht. Jetzt jedenfalls nicht mehr. Der ist auch ausgestiegen. Ich steig mal aus und guck nach, was wir jetzt hier noch so haben. Das ist ja großartig gewesen. Ich würde auch noch näher ran fahren. Ich finde das ziemlich lustig, wie häufig sich hier Fahrzeuge auf die Seite legen, auf dieser Insel. Schöne Achsen.